Ich muss ja auch nicht hier nicht. So, und wir sind live. So. Hey, nice. Gut, Intro hab ich weggeklickt, passt. Habst du? Ja, haben wir eh schon mal angespielt. Aber nie vollendet. So, bin ich mal gespannt, wie du das DLC findest. So, Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen jetzt wieder mal For The King. Nach langer Zeit. Jetzt mit dem OG, dem Hamster. Dem Hai. Dem Shucky Boy. Dem Shucky viele Namen und keiner weiß, wie man die Namen hat. Der fühlt sich, der abgetreten ist, um sein eigenes Ding zu machen. Ich bin nie abgetreten. Ich labere noch nicht so eine Scheiße. So viele Namen. Ich bin nie abgetreten. Ich bin immer noch mit dabei. Ich bin nie abgetreten. So. Ja, toll, weißt du? Ja, hallo. Du musst dich wieder damit auseinandersetzen. Ja, das sehe ich auch. Warum habe ich nochmal den Minutesänger genommen? Weiß ich nicht. Weil du DSDS so abfeierst. Und Wolfsburg Germany und so weiter ist. Genau. So. Nein, auf jeden Fall streamen wir wieder ein bisschen For The King. Weil A Way Out heute noch nicht geklappt hat, haben wir uns gedacht, machen wir das. Okay, das könnte aber nicht. Ähm, mal zur Abwechslung, damit ihr auf jeden Fall ein bisschen was habt. Und, ja? Einfach ein bisschen ständig labern und ein bisschen daddeln. Miestet ja nicht. Da ist Disco-Time. Ja, siehst du das mit beiden hier. Ich finde auch gut, dass du hier der Tank bist. Das findest du gut, ja? Das war mir klar. Der mit der Stoffkleidung hat natürlich die dickste Rüstung. Kennen wir noch. Nein, ist aber noch. Ich habe ihn weggesungen. Hast du das gesehen? Honig getränkter Schwamm. Oh Gott. Oha. Dauerhaft ist ein Widerstand. Ja, wieso nicht? Genutzt du, zack. No. Mach hier die Arbeit und krieg den Ertrag. Ah. Aber mir gefallen deine Ohrringe. Ja, ne? Habe ich extra so ausgesucht, du. Wo wollen wir denn hin überhaupt? Unten links. Also unsere erste Quest ist den Jahrmarkt erkunden. Also den unten auf der linken Seite. Da meinst du? Genau. Den hier. Okay. Ach ja, ist ja auch ein Questmarker. Hätte ich auch mal gucken können, ne? Ja. Du musst ja immer wieder an Bände suchen. Komm von alleine. So, wie beende ich jetzt nochmal den Zug? Oben rechts diese Sand-U. Ah ja. Der kann mal dahin gehen. Der PC. Der PC-Doli. Das ist ja eine neue Klasse. Die haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht getestet. Minesänger ist... Weiß ich gar nicht, ob wir den Minesänger in dem Run schon dabei hatten. Also Holzfäller... Minesänger, nicht Minesänger. Ich bin für Minesänger. Der Mines ist ja Teilen besser. Ja, aber der Astronom ist auf jeden Fall sein Debüt hier. Auch schön. Deswegen... Das kann man ja gleich nochmal abschicken. Gelobt seid die Königin. Meine Hühner sind alle wild geworden. Hilf mir, sie zu fangen. Ja, aber schaffen wir zu zweit, ne? So ein Huhn? Ja, denke, ne? Locker. Was? Ja, was denn? Das ist ein wildes Huhn. Holger, das hängt wieder. Ja, natürlich. Ich meinst du, natürlich. Ach. Warte mal. Warte mal. Was haben wir denn für Werte? Muss ich mal gerade wieder hinziehen. Ja, könnte klappen. Ja, naja. Ja, doof. Ja, nur das Musikinstrument. Muss man sich mehr einspielen. Ja, das ist... Hähnchen ist fertig. Schnitzelzeit. Aber da kommt noch ein bisschen was. Da oben. Meine armen Hühner. Ich dachte, das blaue Band gehört mit dieses Jahr auf jeden Fall. Moment. Wo sind die anderen? Oh Gott. Natürlich. Fällt aber krass, wie wild die... Also, wie... So einen krassen Auftritt haben. Hey, Holger ist der Tank. Nicht mich anpicken. Nee, nee, nee. Du machst das da. Das ist ein bisschen tankiger. Du musst dann schon zugehen. 2 noch. Jawohl. Danke. Nice. Das ist auch ein Crit. Crit, Schaden. Dankeschön. Oh, ich werde auch ermutig von Holger. Ja. Bereit mir nicht. Ja, Entschuldigung. Nächstes Mal mache ich mehr. Darf ich zweimal angreifen? Ich glaube, es pickt. Boah, was denn jetzt? Also, also... Warte mal, ich mache das. Warte. Okay. Ah, kriege ich hin. Ja, komm schon. Boah. Oh, komm. Weit weg davon. Weit weg davon. So. Wir sagen, wenn ich eins zum doppelten Preis kaufe, sind die nächsten zwei halb zu teuer. Also, ich kann einem Angebot nicht widerstehen. Na gut, das würde ich den anderen nicht mitgenommen haben. Ja, war eine tolle Idee. Deswegen habe ich gefragt. Du hast gesagt, wir schaffen da zu zweit. Ja, du, der Bossgegner kommt ja davon noch. Ähm, warte mal, wer hat denn... Wir haben alle fünf, ne? Wir haben ja noch gar keinen Schaden gemacht. Ja. Aber guck dir das mal an, wie... Okay, die sind... Wenn wir... Nachdem wir beide zweimal dran waren, sind die dann erstmal sechsmal dran. Okay, jetzt viermal. Ja, einen weg. Komm schon. Komm schon. Ach komm, als wäre der ausweicht. Ja, man... Vier Angriffe war ja. Vier mal picken. Ja, ne? Du machst das schon. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Einen Pick ausgewichen. Da war ich der aus. Aua. Oder gibt's aber wieder. Okay, jetzt muss ich jetzt... 83% pro... Ah, try it again. Ja! Nein. Haha. So nicht. Nicht mit dem Sänger hier. Komm schon. Ja. Jawoll. So, jetzt nur noch ein Bosskampf. Das Bosshuhn kommt ja raus. Nur noch. Oh nein, da kommt das Große. Das hat mich nie gemocht. Toll. Der Große. Wütende Hühnergeräusche. Waaah. Oh nein, der macht 3. Ne. Jetzt ist er aber kritisch. Warte, 6 und... Was? Was? 36 Jahre. Heiland. Jawoll. Ja, jetzt noch nur 18. Easy. Schon Hälfte weg. Einfach der gleiche nochmal und fertig ist das. So, Kinder. Hier jetzt ist aber mal gut, ne? So, komm. Ja, klar. Jawoll. Snack. Hexenfluch. Nehmen wir mit. Was ist das denn? Warte mal. Sammel. Nehmen wir mit. Tja, ich denke, ich werde wohl wieder Sochini züchten. Somit werden sie sich nicht so sehr. Nicht so sehr ist auch so. Die sahen nicht wie Hühner aus, wie ich sie kenne. Tja. Einige Reisen haben sie verkauft. Sie schienen froh zu sein, sie zu verkaufen und wegzubekommen. Sie gaben mir auch das. Aber ich will es nicht mehr. Nehmt es. Uh. Neue Questgegenstand. Dieser Relekt. Ich habe das schon einmal in den heiligen Schriften gesehen. Okay. Jetzt noch Reuze auf. Easy. Gotti. Ding. 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 Joa, gehen wir hier rum, ne? Oder wolltest du über den... Ne. Der, du. Ja, du hast ja... Durch den Wald können wir, glaube ich, eh nicht, oder? Doch, hätten wir doch gekonnt, oder? Ne? Ne. Ich glaube, das wäre der einzige Weg, du machen konntest. Wäre ich nicht doof, bin. Was da oben, habe ich gar nicht gesehen. Ein Kobold Bogenschütz. Das ist ein Schiff, ist da oben rechts. Ja, wild. Schön, wie der Tag. Das ist ein U-Boot, kein Schiff. Aber naja. Ja, aber das steht da. Wenn du drüber harberst. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Ich habe nur vorgelesen, Mann. Ja, ist ja... Der Hate. Oh, weißt du, jetzt bin ich dran, schon kommen die wilden Sachen. Stell dich auf die Probe. Es ist ein Intelligenz-Ding. Volga, viel Spaß. Jawohl. Ne. Ah, Wanderheiler-Ehre. Was? Wieder Folge heilen. Ich will auch heilen. Verdammt. Schöner Tag. Geh ins... Ne, ich bin dumm. Überbrüht mir nichts. Na, brüht mir auch nichts. Jetzt kommen die Elfen. Boah, hast du gesehen? Ich habe einfach mal eine Achse hochgehalten. Oh. Äh, na, toll. Ähm. Äh. Jetzt die Frage, ob wir uns das verbringen wollen. Das kann nicht mehr sein. Stützungsreichweite. Das ist ein schwarzes Loch. Liesst du gerade, oder? Na, ich habe Gott, die Fähigkeiten von dem Astronomen gelesen. Na. Okay. Okay, da waren es nur noch zwei. Die werden wir ja wohl hinkriegen, oder? Ja, das ist ja gar kein Problem. Guck dir an, wie klein die sind. Einmal drauf, feilen und fertig. Manche haben ja nur sieben, also. Jetzt ist der Schutz aber schon mal weg. Ja, manchmal beim anderen auch, weil der Astronomen hat aktuell eh Debuff. Gucken wir mal. Vielleicht stimmt aus. Ne, aber... Noch schlimmer. Ach komm, ernsthaft jetzt. Fängt wieder an sich zu schützen. Nicht so gut gehen, Leute. Äh. Gehen wir mal auf die und gucken mal auf die. So, wenigstens zieh ich mal runter. Ja, natürlich, den hatte ich verletzt. Das ist auch ein Und-Debuff. Holger Hahn, nein. So, den einen kriegen wir weg. Kritisch vier. Kritz. Schön. So kriege ich nicht weg mit dem Schild. Aber mach. Jetzt aber mal gut, ne? Also... Ja, 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 ja. Ach, ja, ja. Jetzt gibt's Schläge, du. Nice. Geh! Komm, das teilen wir jetzt. Wäre jetzt voll so der Assi-Move gewesen, so nicht teilen. Aber wir müssen ja eh da runter. Das ist... Ja, ja. Willst du vorlesen? Oh, endlich. Die Krone gibt mir mehr Arbeitskräfte, um mit all diesen Fällen fertig zu werden. Hier, nimm das und geht. Ich bin sehr mit Verbrechern... mit Verbrechen beschäftigt. Keine Zeit zu reden. Ne Akte. Oh, Akte X. Warum ne Akte? Was sollen wir damit? Großartig. Jetzt, wo ihr dieses Artefaktor und die Akten habt, können wir vielleicht herausfinden, was los ist. Bringt sie zu mir. Genau, das sieht der aus dem Nachbardorf. Ja. Das ist der Königlicher Geld. Für uns in Postboten degradiert. Wollt eigentlich noch ein Abenteuer machen, oder? Wollen wir in Postboten haben? Äh, Quest-Brett von diesen Diensten. Ich will eigentlich mal heilen. Haben wir genug Münzen, damit ich heilen kann? Wobei, ich bin ja auf 31. Brauche ich nicht heilen. Alles gut. Aber du hast ja ein Level-Up. Dadurch hast du ja wieder ein bisschen mehr. Ja, ein richtiger Raum. Da brauche ich nicht heilen. Brauchen wir sonst mal jemand. Siegen habe ich hier nur kann ich machen. Siegen, Heil, Meditation. Das Zeug. Kannst du auch noch im Shop gucken? Ja, cool. Best-Brett. lieferung wollen wir doch irgendwie kopfgeld oder so annehmen an quest glaube ich genug gegner dann verlassen dann verlassen wir und muss ja wieder müssen wir wieder da wo du kannst auch unten sonst bei dem bei dem hier ist schon dadurch also den stelle ich im stein kreis ist ja am weitesten weg einen max focus 50 prozent wird natürlich nicht klappt ein fokus mehr gewesen das ist jetzt waren anschauen wachen dann schon hat er geht erst mal shoppen werde jetzt auch immer dafür aufgetaucht ein gottes wort einmal heilen ist drin so bei dem lager links bist du nicht mehr drin wahrscheinlich und kann ja nichts oh 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 ja ne ich gemacht hat das habe ich mir anders vorgestellt hier ob es auch denn der erste schon mal weg ohne schild aber der macht nicht so viel schaden wie ich gedacht hätte sie auch noch level 0 aber das ist ein bisschen krasser ja nur acht schaden hast du wieder einen ja komm krieg mal rein digga ja wusch was ist noch das ist die passive wow das ist die fähigkeit von dem geil perfekter schlag ja natürlich das ist ein snack da kommt noch was oh Gott Sternenmaterie nur für den Kampf aber nice ist neu Gold wow ne Keule die kaputt geht toll dankeschön oh toll scheiße und später kaputt geht danke jawohl komm die greift die ist doch bestimmt böse warte ich noch nicht wir wohnen Alter jetzt ist hier aber Goldregen wa hm ok die äh schlechtere Handschuhe 50% gegen Geiseln ja ist erstmal egal ja warte wie viel was denn jetzt also das war gut also da ne das war gut kann man machen hm soll ich direkt zur Bibliothek gehen kommst du ruhig ja ne hm 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 das ist wieder dein John ich glaube ich habe so etwas in deinem Buch über alte Zivilisationen gesehen ich werde die königliche Bibliothek durchstübern ihr müsst herausfinden woher er stammt ich habe die Akten durchgelesen und es gab einige Berichte von Fremden die seltsame Schmuckstücke für dieses vom Huhn verkauften was vom 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 Huhn vom Huhn vom Huhn da stehe sie wurden gesehen wie sie eine lokale Piratentaverne besuchten das solltet ihr überprüfen ok machen sie das ist ja nicht so als ob es uns das einmal quer über die Karte schicken würde ne hm aber naja das Heichtum überlasse ich dir glaube ich oder im Endeffekt ist egal geht auch hin doch ja warum na schöner Tag ach schade kein schöner Tag noch ein Händler ah da ein Lehrer ich habe einen Lehrer gefunden trainier mich Sensei mein ganzes Geld ist weg ok das war teuer was dein ganzes Geld ne zwei Stärke Tatsache alter aber gut aber zwei Stärke das ist ok ja das stimmt das ist auch nicht verkehrt dann mache ich mir ein bisschen mehr Schaden bis ich treffe auch wahrscheinlicher das ist gut so wir müssen eh ganz nah hoch ne genau nehmen wir noch die ganzen Viecher ganz nah hoch aus dem deutsch ja nehmen wir noch die Viecher mit nebenbei ein bisschen Level kann ich auch wenn du dran bist in mein Inventar gucken ja kannst du dann beende ich kurz erstmal die Runde warte inspirieren ja so ja kann es gut ähh 15 Jahrhunders wie wird es noch eins ne Alter noch so ein komischer kack Kreis hast du was gegen die Kreise? ja die haben gerade eben die ganzen Funken verurteilt mhm ich wurde eigentlich zu Creo bringt der steinkreis irgendwas die chance dass du ein focus mehr kriegst max focus mehr dann hättest du zum beispiel fünf und statt vier mit 75 das kannst du versuchen 42 prozent alles oder nix ja let's go ach komm okay nix ja bei der kremen bist du drin ja natürlich treffen voll die haben deine heilpflanze geklaut boah leute also wenn du den tötest der geklaut hat dann kriegst du den wieder hier der in der mitte war ne ich glaube auch dann hier komm alter tschüss so nummer eins ist weg im zweifelsfall und falls es der war und falls es der war ist er auch weg ist er auch weg alter oh ein gottesbad ja das ist ja ne hier also da wenn du das jetzt ne also münzen waren die denn zwei münzen versteckt ich möchte es nicht wissen natürlich im gefieder also da waren die zwei münzen nicht was du schon wieder denkst du bist ja schwein stecken von uns wo kommst du näher oh hinterher hat funktioniert so gratis ep dankeschön wow die rache nein ich habe auch ich habe auf teilen ich kann da nichts zu ich habe auch ich habe auf teilen ich kann da nichts zu scheiße er hat mich durchschaut ich muss weg er hat es gemerkt verdammt ach wo bewegen wir uns denn mal hin so so bist du noch da naja Sven wollte mich nur auf einen fehler hinweisen auf einen möglichen aber da ist da ist kein fehler Sven wollte ich auf einen möglichen fehler hinweisen ja aber das yugio video was ich hochgeladen schon mal angefangen habe hochzuladen achso ok bei ihm sieht das so aus als wäre es halt jetzt null minuten oder sekunden lang weil es ja noch nicht hochgeladen ist achso ja gut weil er auf dem handy das nicht sieht dass das noch nicht fertig hochgeladen ist na komm 8 schaden ja gut dann nicht ach scheinen hätten wir machen können ne so naja die gegner haben uns aber heute wie sind die gut drauf war oder perfekt treffen oder weicht aus ne 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 er packt die fäuste aus ja na was denn los mit dir Dully oh der ist aber richtig am ausweich was denn los mit ihm jetzt aber jawoll schön wie die knochen da liegen Geil, da fängt man nur eine Münze wieder hier. Jetzt fängt er mit der Münze an. Jetzt stehst du genau davor. Ja genau. Ja, da wollen wir doch mal reingehen. Kampf? Immer. Kampf, ne? Ja. Easy. So. Hey, Lakaien der Königin. Wir sind zu Leuten wie euch nicht freundlich hier. Jetzt beruhigen Sie sich, Mr. Scooter. Sie tun niemandem weh. Wir werden nicht mit den Leuten der Königin tratschen. Verschwinden von hier. Finde geil, dass er einen Stuhl in der Hand hat. Oh oh. Finde ich doch nicht so geil. Ach doch. Sah bedrohlicher aus als er bevor der Schaden kam. Ach komm. Boah, reingekrittet. Kritt, kritt. Dankeschön. Aua. Ja, du musst auch mal anfangen, ne? Na komm, wir machen mal ein schwarzes Loch wieder. Das wäre geil. Komm, den könnte man wegkriegen. Okay, der ist schon mal weg. Schade. Ich mag die Musik zwischendurch bei den Angriffen, bin ich ganz ehrlich. Ja komm, hallo. Jetzt blute ich auch noch. Holger blutet. Blutungsschaden. Wild. Kacke, jetzt blute ich auch noch. Kriege ich eh nicht weg den einen. Deswegen... Ach komm, mach mal wieder schwarzes Loch, Digga. Ach, das Loch, komm. Mann. Der will doch nicht schwarzes Loch benutzen. Ah, genau 10. Nice. Ach, wir haben ja jetzt nur noch den da, aber... Ja, komm. Ist ja ne kleine Flasche da, ey. Jawohl. Blutungsschaden, an denen er blutet. Hallo, ich... Ich blute doch schon. Hallo. Ganz ruhig. Ach komm. Alter, das kann doch nicht. Also können wir jetzt... Betrunkene, weil ich nicht gut ausfahre. Oh. Weißt du denn? Ach, nein. Schweres Schwert. Ja, nice. Nee, nix für mich, oder? Nee, du hast Indie trifft zu Stärke, weh. Ich hab's schon gesagt. Das wär geil. Was jetzt... Ach so, wie viel besser ist denn der? Drei Schaden mehr. Ist okay. Du hast Stärke für die 85. Hm. Alter, selten. Sammeln. Oder? Ja. Ist das Festgegenstand? Ne, aber wir können noch einen Schatz da finden. Das extra. Sammeln. Wohl! Zwei Sachen für mich. Noch eine Schriftrolle. Mann, ich finde auch mal was. Ja, nice. Für dich aber. Eine Urkunde. Mann, Glückwunsch. Hey. Du bist jetzt... Stolzer bist jetzt eines Fischerboots. In Ordnung, in Ordnung. Wir geben auf. Wir sind zurück zu ihrem Heimathafen Schapula gesegelt. Haben nach Schapula, Alter. Ich nehme an, ihr macht eine Reise. Ich werde hier bleiben. Hätte mich jetzt auch gewonnen, wenn nicht. Und mehr über diese seltsamen Hühner und das Relikt recherchieren, das heißt Weintrinken, das ihr bekommen habt. Aber Schapula ist schon weit weg. Ja, das... Ja. Bei Texatula. Oha. Aber... Ne, doch nicht. Kann man da dann bloß sehen. Stufe 2 sind die alle. Okay, also müssen wir erstmal noch leveln. Ein bisschen. Ein bisschen. Stufe 2 kriegen wir hin. Bei uns für jeden. Nein, so. Ja, deine beiden da kriegen vielleicht Stufe 2 hin. Aber ich glaube, mein... Mein Sänger... Na, braucht noch ein bisschen. Kann währenddessen eigentlich mal gerade... Gesundheit heilen. Warum kann ich's nicht benutzen? Was denn? Warum kann ich Gottes Bart nicht benutzen? An mir selbst. Um 15... Jetzt geht's. Ach, wenn ich dran bin. Ja, wenn du dran bist, kannst du auch benutzen. Aber... So, kurz wieder hoch rein. Ja. So. Ach, wir müssen eh nach rechts rüber, wa? Mhm. Ich weiß halt nicht, was aktuell smarter ist. Mit Schiff da hin und dann übers Meer Sachen mitnehmen? Oder einfach zu Fuß erstmal ein paar Sachen mitnehmen und dann mit Schiff? Wir können... Also von mir aus können wir übers Meer direkt. Wär irgendwie ganz angenehm. Oder wo müssen wir dazu hin? Also wir müssen mit dem... Weil wir ja wahrscheinlich ein Fischerboot bekommen haben. Müssen wir halt übers Meer nach rechts. Und da... Und das kannst du eigentlich lösen bei dem Kai da links von dir. Bei dem blauen. Links? Achso, Kai. Ach der da oben hier. Mhm. Dann geh ich in die Richtung, wa? Ja. Boah, nice! Hey! Erstmal hingehen. Bei kommt hier... Na... Bevorstehende Ereignisse werden auf der Zeitlinie markiert. Also in drei Tagen kommt ein Ereignis. So. Wollen wir ein Boot zu Wasser lassen? Ja, wa? Jo. Jo. Level 6 Boot. Ein Bild. Dienst. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Nee, ne? Äh, du kannst... Äh, ne kannst ja nicht. Äh, ne. Dann kann ich verlassen. Okay. Gut. Dann zu Ben. Ich muss mal irgendwas trinken, warte mal. Hm. Auch ein schöner Tag. Nice. Also wir schon mal auf dem Schiff. Das ist schon mal so wert. Das ist schon mal ein Anfang. Komm, bis Nacht betreten wir das Schiff. Willst du dir das andere Schiff geben, links von uns? Würde ich sagen, oder? Die machen wir weg. Schamanen? Joa. Komm, gehen wir wegmachen. Schamanen können doch nichts. Warte mal, was hab ich denn da für ein... Jaaach. Oh geil. Ich will auch so ein geiles Tierkostüm. Vogelkrieger und der Affenkrieger. Den kennst du nicht. Der Vogelkrieg... Oh, der kämpft mit seiner Rassel, der Affenkrieger. What? Ja, gut. Bin tot. Ja, moi. Ähm. Ach, aber was machst du, ne? Wird schön viel Spaß. Kannst du nicht aufgeben jetzt? Schwarzes Loch. Come on. Ne. Schade. Und mein anderer ist gar nicht mehr dran. Ja. Wir wohl. Jetzt noch zweimal. Jetzt noch zweimal. Jetzt noch einmal. Geblockt. Einmal noch. Jawoll. Kein Bock mehr. Oh mein Gott. Also ich glaube, nächstes Mal legen wir uns nicht mit denen an. Das ist ein langer Unterschied. Die bannern ja richtig rein. Okay. Noch ein Gottesbad rein. Zwiebel. Und dann einfach nochmal sicher gehen. Okay. Okay. Warum hast du so viele davon? Mit dem Rechner hatte ich zwei. Achso. Okay. Ich kann 24 Schaden machen an einem guten Tag. 78. Ich baller voll durch, ey. Gar kein Bock. Ja, komm. Jawohl. Gerechtigkeit. Jawohl. Okay, der tötet mich jetzt. Scheiße. Ja, das ist ja nicht. Das ist ja nicht so wild. Das ist ja nicht so wild. Das ist Gerechtigkeit. Nimm das. Na, ich belebe jetzt mal wieder. Ja, ne. Wäre vielleicht ganz gut. Hoffentlich. Ich darf auch vorher zuschlagen. Rache. Ja. Mach ihn fest. Jawoll. Alter. Das sind ja immer coole Sachen. Sehen. Und was ist das denn? Hier, äh, ja. Wollen wir anführen. Okay. Äh. Ja, nehmen wir mit, wa? Ja. Ja. Hier wo? Der Affenhell. Ja! Affenhell, Alter. Geil. Oh nein. Hast du ja... Ja, du hast ihn aufgesetzt. Schön. Oh, da passt sich sogar der Farbe an. Cool. Du hast also nicht das passende Werkzeug, um das zu öffnen. Will. Ja. Schöne Truhe. Danke. Danke für nichts. Und wir müssen nach rechts rüber, ne? Ja. Ja, gut. Dann gehen wir wieder in die Richtung. Bist du in den Pippen? Hat sich das gelohnt von Affenhelmen und eine P? Ja. Okay. Hat sich. Der Affenhelm war es wert. Das hat mich gereicht. Von brutaler Affenhelm. Guck mal, die Fun-Szene, ey. Ja. Hat was, ne? Hat ein bisschen so... Urzeit-Affe. Ist das. Hm. Wir sind ja auch wieder an alten Zeiten unterwegs. Passt ja theoretisch. Okay. Jetzt kommt die Geisterschiffe. Oh Leute, wer ist denn da oben? Stell dich auf die Probe. Komm wieder hin. Notsignal. Wollen wir da hin? Dann bin ich sie voller gewesen. Gil рук ? Nein ! Die Sittiche Murphy. Mach mich fertig, du siehst noch komm Ksch kör. Hey, du hör immer auf hier! Was ist denn los? Allummikin. Hallo, es sind nun Paar blöde, vögel. Kann ich irgendwas? Boa, verarschung und sollmflug. Weißt du, der so. Hilf, hilf, hilf! Warum kann ich nicht in mein Inventar? Vielleicht komm einfach blo chat hin вперuseum, Was willst du denn? Ich wollte nur kurz vorgucken Du kannst halt den Fokus wieder herstellen, aber heilen geht nicht Der Vogel hat dich abgelenkt! Ach kacke! Lässt er sich von einem Vogel ablenken? Ich hasse es Nein, du beklackte Okay, man Ich hab dich ja mutig, dass du das gehört Ja, der Vogel hat mich abgelenkt Das war der nicht so gut, dass er mutig Ach komm! Komm son! Ich hab keinen Bock mehr nochmal einen Vogel zu stellen, sag wie es ist Ach komm! Komm! Magie Blitz! Die eine Note haut er auch noch beieinander weg Ja, tschüss! Ah, nice Ah, hier Hast dir richtig deine Nestle wieder raus Hey! Schön Ja Heilen! Dankeschön, Ehre! Habe ich eigentlich gerade mal irgendwas zum Heiligen gekriegt? Nee, ich werde einmal Heilung bekommen für drei Leute, die am Sack sind Scheiße! Ja, das ist ja alles Super! Geisterschiff? Nein! Nee, nee, nee Wir gehen dran vorbei Oha Oh Gott! Okay, eine Seele... Okay, das ist okay Ja, nö, ja Ach komm! Plus vier Bewegung ist doch nice Ja, trotzdem Sieben Felder bewegen, nice Ey, ich seh nichts mehr, da sind Wolken Wie, da sind Wolken? Ja, ich will weiter nach rechts rüber, aber da sind Wolken, okay Warte mal So Ja, hier Zack Wieser hätte ich weiter nach unten gemusst, aber naja Hm, war auch easy Okay, letzte Runde bevor ein Ereignis wiederkommt Chaos wahrscheinlich Ja, aber wir sind wirklich alle drei im Arsch, ne? Aber die nächste... Ah ja Ich wollte gerade sagen, die nächste Stadt ist ja da Ja, aber bis wir da sind, ist die fünfmal Scheiße auf dem Weg Level 3 Spinne Ähm 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 Ja, schwierig Ich würde doch gerne heilen Angriffs-Schaden jetzt bei 107% Die machen jetzt noch mehr Schaden Hey, schön Nice Können wir das irgendwie umschiffen hier? Ja, super Was hab ich jetzt? Nur alter Tempel! Geil, für Stufe 3 Levelaufstieg, cool Ähm Da ist ein Skelett im Weg, Jurid, wenn wir jetzt hier runter gehen Sollte doch machbar sein, oder? Meinst du? Ähm Ein Stufe 3 Skelett kriegen wir hin, glaub ich Also, in welche Richtung willst du? Nach unten Also, aufs Land Links runter Ja, aufs Land Aufs Land Mhm, also direkt da sag ich mal runter Und dann da Und dann da Some more Skelett Dahin Der Weg quasi Ach da! Ja Aber ich würde einfach vorher stehen bleiben Sonst bist du alleine Ja, stimmt Wär, äh Schön Mal siehst du, jetzt können wir den auf jeden Fall Ja, jetzt Dully ist ein bisschen am Sack, aber das mach ich ja nicht Ja, aber du bist auf Level 2 hoch Mhm Aber easy Genau Ja, zack So, würde ich, würde man dich mitnehmen, ja Du meinst, wenn du da zum Skelett? Ja Ja, müsste oder nicht Mach einfach mal, damit wir auf jeden Fall als erstes angreifen dürfen Ja, kein Problem, kann ja nichts Sag ich ja Okay, cool Neun Münzen Wow Äh, Wahrnehmung ist eigentlich bei jedem fast kacke, nur 73 Nix halbes ins Ganzen Verkaufen Okay, falsch abgebogen, der Scheiß Egal Das ist ein wilder Toucan auf dem Weg, Holger Mann, ne Ich bleib wieder ein Feld vorher stehen, ne Hm Kannst du gucken, wenn wir im roten, wenn wir diesem roten Kreis sind, beziehungsweise gelb, dann, äh, wären wir noch drin Seid ihr ja nicht Achso, okay, dann, ja Dann kannst du sonst auch zur Stadt Mann Mann, du bist ja auf jeden Fall drin Ähm Ja, wo ist denn die scheiß Stadt? Warte mal Zwei Felder, äh, drei Felder rechts vom Toucan Mit dem blauen Pfeil darüber Ja, aber da komm ich gar nicht hin Oder? Doch, doch, der Herr Sag wegen den Bäumen so aus Wir kommen in unserer schönen Stadt Ich freue mich immer, der Königin und ihrer Helden zu helfen Immer noch nichts über das Relikt Anscheinend werden diese Hühner Basilisten genannt Und wenn sie ausgewachsen sind, können sie einen in Stein verwandeln Klingt nach einer lächerlichen Fantasie, aber seid nur, sei vorsichtig, nur für den Fall Und sagt, dass in der Gegend einige Schmuggler waren, die unsere Rurinen plünderten und wilde Tiere zusammentrieben Sie können diejenigen sein, die ihr sucht Nun, Plexus hätten sie in einigen nahegelegenen Höhlen, die wir schon gefunden haben, ihre Zelte aufgeschlagen Der Geist, Stufe 3 Dann müssen wir mal noch ein bisschen leveln Ja, ähm, ne? Mhm Dann müssen wir leveln, na? Dann müssen wir leveln, na? Dann müssen wir leveln, ja Besser annehmen, oder nicht? Ja Wird wohl besser sein Alle? Dann kannst du aber nur einen Jooh, dann Kopfgeld? Jo Gold oder Gegenstand, was willst du? kommt auf den gegenstandern weiß ich ja nicht kann man nach feuer seite das kann er benutzt dieses kraut um die gesundheit vollständig wiederherzustellen na gut sonst haben wir noch gold da gibt es immer 60 gold einmal feuerseite einmal komplett vorher ist glaube ich geil oder könnte wer glaube ich ganz gut so unseren dritten im bunde dann machen wir doch oh gott die heule vollkriegen level 5 sagt ihr wie süß dann überleben wir nicht ja ich wünschte ich wäre vielleicht schon hochgelevelt aber das geht nicht so schnell also jetzt kommt er nicht weit oder was bist du kackler er will doch einfach sterben du hast gesagt gegenstand ich wollte das nur noch mal erwähnen er macht ja nichts er wird bestimmt so oder so einen kacktodulli bekommen der zu krass für die welt ist müssen wir über den tukang gehen wenn wir da hin wollen also tukang ist ja nur level 2 also den kriegen wir ja auf jeden fall seid ihr da drin ja ja ok wir raff den tukang und kloppen den kaputte hin ja er hat ja nur da ist ja nix warte mal hier da ach komm jetzt versäuchte ihn ein und er weicht aus mann hast du tukang belastet achso ich war kurz verwundert warum nur kurz weißt du komm schon ja natürlich 18 schaden so locker jawohl jeder eine münze hey was ist das benutzt jetzt reisen unauffindbar werden ist ja auch nicht schlecht nehmen wir mal mit das hätte ich dir eigentlich auch am besten geben können ne aber jetzt habe ich es benutzt bonus auf schleichen ausweichen und immunität gegen hinterhalte was haben wir hier held aus silber da rechts noch mit ich will ja erstmal noch in die stadt um den pc dulli dazu heilen ja dann kriegst du auch noch ep dann kommst du auch auf jeden fall auf stufe 2 mach ich dann gleich und jeder aus der gruppe kriegt noch mehr gesundheit dazu das ist nötig jetzt habe ich das ich wollte das grau nicht benutzen so scheiße aber jetzt kannst du ja nicht angegriffen werden immerhin ja toll trotzdem das ist doch gut ja 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 so was ist der denn da oben was ist der denn da oben der zwerg schamane wir kennt ihn nicht aber der ist für dich was ich jetzt ja auf talent aber ich gehe erstmal held aus silber und dann gehe ich da hoch ja ja oh Gott was nee der der frostfels angst oder was was aktuell würde uns doch gehen ach quatsch naja sagst du Tribut so stufe 2 kannst du gucken hier nice vom mattimus so jetzt gehen wir da hoch dann machen wir Zugende und nochmal Bonus EP inspirierend inspirierend machst du ist deine passive dass wenn wir zwei felder von dir weg ist am ende deines zuges dann kann es sein dass wir noch EP bewusst kriegen hey cool der hat nur noch 6 Münzen das bringt mir gar nicht nein wäre noch geil wenn hier irgendwo noch ein Gen auftauchen würde so ein kleiner ich hab die meisten Münzen fällt mir grad auf du sagst der hat nur noch 6 neuer tag hat begonnen cool Moment bleibt jetzt weg schon mal ne da ja noch ja ja ich will da noch hoch ja ich will da noch hoch fatale Möwen sind da oben links da seh ich uns ey geht er er geht erst mal mit dem Ärger wir sind Level 2 da seh ich mich noch noch so gehen wir da hoch volle Gruppen halt ja gut ich kann kann ja eh nur gewinnen wach ja nein volle Gruppenheilung ja geil alle geheilt das wäre schon mal an der Kopf vorbei wollte geheilt werden packen wir das zu zweit weil der eine ist da nicht mit ja naja dann lass auf den noch warten ne ne lass auf den noch warten ne ne lass auf den noch warten da braucht auch noch die EP noooook ach gut wir warten dann gibt's ja noch 2 hier du kriegst ja 2 Gesundheit wieder dafür dass wir jetzt hier ein gesundheit ach man ich hab ja immer noch einen Zug warte ich geh nochmal dahin also kannst deine Züge auch immer vorzeitig abbrechen für jeden Schritt den du überkast kriegst du einen LP wieder stimmt scheiße ich meine du bist eh vorgeheilt ja sowieso eh aber sowieso egal ne sind mal wie die Möwe fällig Möwe tschüss wieso ist da nur eine da war ein Schwarm ja das ist verdunftig ja das ist verdunftig bei mir war auch nur eine ja aber dann stand Schwarm achso man die macht 12 Schaden die blöde Möwe ja die verarschen ja wir haben doch die wir haben doch jetzt hier ähm das erste Minus mal dass sie jetzt mehr Schaden machen scheiße schmier der nächste kommt ja auch in paar Tage also am Ende des Tages am Abend am Ende des Tages am Ende des Tages am Ende des Tages der Tage ist am Ende hm mhm boah bloß 2 Loven ist ja voll kack ne ich sehe uns hier noch nicht bin ich ehrlich Moment du siehst bei dem bei dem da unten da ne ne allgemein die sind ja noch alle über uns oder erstmal noch ein bisschen auf dem See bisschen kaputt machen oder so ja lass nochmal okay dann gehen wir nochmal nehmen wir das Schiff direkt Merling Merling kann ja nix meinst du versuchen wir hinterher boah das ist bei dir so niedrig ja kann ich nicht obwohl 73 ist bei jedem Atem eigentlich gleich ja aber normalkampf sicher? ja ja klar kein nix sicher? da ist ja nur ein Merling hier Beutelschneider da unten drückt laut gerne na toll ha du bist nass tschö hallo Leute ich bin grad hochgeheilt ganz entspannt uppso erstmal hier bisschen Mucke warte, was macht der jetzt? guckt mich böser an aua das hat weh getan Magieblitz jawohl für dich du kleine Ratter Herr Warne noch was. Ach so, nur noch der. Jetzt kommt dein One-Hedge. Schön wär's gewesen, ne? Wenn du noch mal kretest, dann ist durch. Ja, schade. Drei Schaden! Gib alles! Boah, okay. Münzen ist okay. Boots Reparatur ist okay. Kann man machen. Wenn das Boot kaputt wär, wär das cool. So ist es okay. So, welche Richtung wollen wir denn an, hä? Links, rechts, oder? Links würde ich sagen. Wir kommen noch von links. Ja, aber links unten sind ja noch die Stücke, oder? Ach so, da. Ja. I saw that. Na, anfangen wir nicht? Ja, jetzt, als du's gesagt hast. Ja, das kann ja jetzt jeder sagen. Ja, weiß ich. Habe ich ja auch. Und starke Breeze. Bei den Trümmern kommt bestimmt was cooles bei rum. Ja. Ja. Ja, schade. Ja, nicht kacke, aber auch nicht gut. Ehre? Den anderen kann ich dir übrigens geben. Ich hab da halt schon was. Weiß nicht, ob du... Kannst dir mal angucken, ob du das gebrochen kannst. Mach ich. Bestimmt. Du willst wahrscheinlich das Schiff hier mitnehmen, wa? Ja. Oh ne, wir gehen nach links. Spass. Komm. Oh Gott. Oh, jetzt bin ich langsamer. Uh, da ist er ausgefliegt. Weiß nicht, was unterbrochen wurde, aber find ich fies. Was? Oh mein Gott, der wurde zerlegt, ey. Das war brutal. Ab 18 jetzt. Das war ja geil. Jetzt kommt die Rache. Power. Ach, das ist ja nicht so... 7 ist ja nicht so wild. Jawohl. Ja komm, 11 kriegst du ja wohl hin hier. Die Vogel. Uh, genau. Genau, 11. Ja. Snack. Haben wir auch nötig. Na gut, um das einzig wieder noch kein Helm tritt. Soll ich vielleicht mal, wa? Ich empfehle ich dir. Ähm. Nächstes Schiff? Jo. Na, ich will dahin. Scheiße. Ich fuhre direkt wieder in den Kampf. Ach, come on! Oh, aber du versuchst mit hinterhalten. Ja, du siehst ja warum man lassen sollte. Ne, da greift dir auch den an. Also wenn du hinterhalten verkackst, du kriegst ja noch mehr Schafe. Ja, du hättest mit dem anderen machen sollen, der hat 75. Der hat wenigstens 2 mehr. Ist zwar nicht viel, aber naja. Ja. Ja, fangen wir mal an. Was haben wir bekommen? Was so? Dass die schneller wieder dran sind. Ja, genau. Ah, du. Das erlaube ich. Nee. Erlaube ich wohl. Erlaube ich nicht. Wusste ich. Wusstest du. Gute Zug. Oh nein, ein Schaden. Ihr seid aber wild drauf jetzt. Mann, nee. War nicht so gemeint. War nicht so gemeint. Ja, nice. Ja, toll. Ich weiß, du jetzt weg bist. Der hat ja zweimal hintereinander dran. Ist aber auch schon frech. Das ist doch unnötig, weil du so was kackst hier. Boah. 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 Mit der Hand abgeblockt. Du bist ja krass. Boah. Ah, yeah. Nun geht er richtig. Und tschüss. Na gut, das ist auch wieder für nix. Warum können wir nur Waffen dir für nix sehen? Du, da musst du mich nicht fragen, ne? Also. Du, da musst du mich nicht fragen, ne? Der Banditschiff kriegen wir auch noch hin, ne? Also. Ich bin ja gerade mit am wenigsten Leben, ne? Ich wollte es nur angemerkt haben. Ja, aber jetzt kommen wir ja hier. Oh, Fragezeichen. Fragezeichen. Was? Wirst du nicht erst das Fragezeichen mitnehmen? Da bleibt es danach auch noch da. Achso. Weil wir sterben wollen. Na, ich auf jeden Fall. Du fühlst dich? Ja. Die machen mehr Schaden mit ihren... Oh, oh. 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 Nein, Leben noch. Reicht, ne? Ich mach die fertig. Mach doch mal schwanzes Loch, Digga. Wie wärs? Wenn ich es auf dich verlasse, Gerechtigkeit. Jawohl! Wow. Jetzt musst du nur noch du überleben. Jawohl. Jetzt, also jetzt ist da, jetzt... Nur nicht verbluten, Heuer. Warte mal. Hab ich irgendwas zum Heilen? Nee. Fokus. Ach so ne Scheiße. Ist doch... Ist doch kacke. Ach komm. Komm, mach fertig da. Ach komm. Ernsthaft. Aber du lebst immer noch. Ich lebe noch. Ermutigt. Jawohl. Volga hat eindeutig überlebt. Alter, wie viele Münzen wir haben. Oh, nee. Ist auch nicht für dich. Nein. Oh, nee. Auch nicht. Nee. Oder doch. Talent. Doch. Ja, das hab ich schon ausgesetzt. Verkaufen. Hä? Jetzt haben wir jetzt. Jetzt haben wir jetzt. Jetzt haben wir einen und gib dir das dann. Ich kann öffnen. Immerhin. Was cooles. Noch mal. Münzen. Teleport. Okay. Ja, gegen Verblutung. Echt jetzt? Ja, aber du benutzt es nicht mehr. Achso, ja. Finde ich gut, dass das dann kommt. Nehmen wir es einfach mit. Ein verzauberter Spiegel der Kampfschaden reflektiert. Soll, der kommt jetzt. Bisschen spät, wa? Ich glaube, du kannst die Truppe gebrauchen. Was soll das denn heißen, bitte? Oh, nee. Also, du wolltest das Schiff machen? Warte. Hier hast du noch deine Schuhe. Ja. Jetzt hast du zwei Sachen, die du anziehen kannst. Und vom Dulli kriegst du noch einen Gottesbart. Hast du mir die gegeben? Ja. Tatsache. Also, weißt du, ich sag das. Ne mehr Jungfrau. Holger, volle Gruppenheilung. Fünf Prozent. Da seh ich uns ja. Warte mal. 28. Okay. Kann nur gut sein. Let's go. Ach, bist du grad da am... Achso. Okay. Ich war noch im Inventar. Ja. Wir haben ein Leben wiederbekommen. Hey. Cool. Snack. Ich habe immer noch nichts zum Heilen. Ich wollte es anmerzen. Doch, hast du wohl. Du hast ein Gottesbart jetzt. Ja, aber jetzt kann ich es benutzen. Ah. Ja, sag ich. Ja. Ja, ich verpeile das drauf an. Jetzt. Ja, jetzt bin ich wieder voll da. Also, bitte. Ähm. Den Kompass kannst du auch noch anziehen. Den Messing Kompass. Da. Kann ich die sehen. So. Wo gehen wir denn hin? Hm. Rechts sind wieder Schiffe. Also, kannst du noch runter rechts. Machen wir da auch wieder weiter. Das hilft doch. Okay. Ach, Level 3. Dann sind wir auch gleich ready für die Stadt. Ja. Ja. Zumindest 2 sind gleich Level 3. Äh. Affen. Magst du den Affen etwa nicht? Du, der ist ne arm tot drin. Mehr sag ich ja nicht. Oh. Ja, ich bin tot die Runde. Wurde. Wurde dich auch nicht ein, oder? Ich hab... Schwarzes Loch! Schade. Schade. Der Tangle... Der... 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 Irgendwie wohl. Oh komm, ich hasse dich. Spiegel auf. Wer hat denn noch am meisten? Ja, der da. Spiegel. Spiegel benutzt. Oh. Oh mein Gott, das war nice. Sehr gut. Beschützt ist ja okay. Mhm. Geht doch. Na, mache ich ihnen das weg? Nö, ja. Okay. Hey, und tschüss. Ja nice, wieder knapp geworden. Level 3, GG oder? Geheilt. Nice. Danke schön. Danke schön. Ah ja, ich muss ja grad kurz von mir selbst. Geheil. Der hier hat die Intelligenz noch. Hast du ein Amulett? Meinst du bei mir? An dir. Nee. Willst du ein? Ich hab kein Amulett. Hast du ein? Ja, Amulett der Tapferkeit. Vielleicht bringt dir das ja was. Wer weiß. Hast du mir das gegeben? Mhm. Hey. Wie du es immer hinterfragst. Frech. Ich hinterfrag nicht mal. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Weiß nicht. Ach, du musst noch auf Level 3 heilen, ne? Hm. Vom Fisch ab runter, war? Ja. Das war jetzt ganz gut so. Ähm. Frostfels? Nee. Doppel schaffen wir immer noch nicht. Geh schade. Zumindest der eine wird es nicht überleben. Also wir können Volker Heil gerne probieren. Leg mir mal das Amulett an. Das kannst du Zelt aufbauen und dann machen wir es mal heilen und dann... Zelt. Zelt aufgebaut. Meditieren, ausruhen. Ausruhen, war? Oder willst du meditieren? Das ist nur für dich. Ach so. Erstmal. Erstmal meditieren. So, der hat kein Leben, also ausruhen. Und er hat keinen Fokus mehr, also meditieren. Zack. So schnell geht das. Wollen wir da schon... Musst du wissen, du hast noch wenigstens... Du kannst ausruhen oder... Und Dully greift an. Komm, das macht ihr nichts. Ich ruhe noch mal aus. Ja. Wollen wir da schon... Ich glaube wir brauchen so viel wie möglich gegen den. Ja. Ja. Darum. Oh, noch eine Hölle gefunden. Natürlich. Wollen wir... Noch was gefunden. Ritueller Fokus. Ja moin. Noch was? Oh ne. 69! Ähm. Willst du die... Okay. Was? Ne, ist gut. Ich dachte... Schwarz ist es noch! Schade. Widerstand. Repp. Alter. Der hat... Der... 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 Der macht uns fertig. Der hat... Rüstung wie Sau. Nur einer macht Schaden. Der andere... Das andere reflektiert er. Oh nein, ist immerhin. Na komm! Jetzt aber! Schwarz ist... KOMO! Ich hätte den... Ich hätte den Spiegel hierfür benutzen sollen. War es mal vorher nicht. Du musst... Sonst wärst du ja gerade eben gestorben. Ja... Jaaa... Trotzdem. Oh... Apopo! Apopo! Gut, dass du dich noch geheilt hast. Sonst wärst du tot. Scheiße! Scheiße, hab ich nix... Ich hab nix bei mir! So ne Kacke! Geschwindigkeit hilft mir auch nicht viel. Okay... Theoretisch, wenn du ihn voll Schaden machst... Pecetul ihn voll Schaden macht... Und... Ich ihm noch voll Schaden mache... Jetzt wäre weg. Ja, ist die Frage... Ich kann ihn auch sonst blenden. Aber ich weiß nicht, ob uns das sonst bringt. Äh... Gebluten immun... Geben Feuer... Geben Gefrieren... Geben Täuben benommen... Und gegen Wasser. Weiß nicht, was Blenden macht. Ja... Ja, das ist dann... Äh... Oh... Nice... Na komm! Komm! Sei mal nützlich! Dann halt nicht! Scheiße! Scheiße! 27 Schaden! Mach's! 27 Schaden! Und... Und... Ja gut, ne... Hat mich gefreut! Noch ist nicht vorbei hier! Ach... Ach... Als wenn der! Ja... Dein Eilichtum ist weg! Ach... Nimm das... Schloch! Aber ich find geil, wie im PC du die mit 1 überlebt! Er macht ja... Er macht nix! Jetzt mach ihn weg! Danke! Oh! Das war auch noch knapp! Das war auch noch knapp! Jawohl! Feuerseide! Da ist sie! Ja, danke! Und... Teilen! Und da ist Saga! Willst du haben? Kannst du erst mal anziehen! Gibt's mir? Hallo ausrüsten! So was... Stell dich auf die Probe Intelligenz! Ja, zeig mal, wie du kannst! Ach, damit zerstören wir hier... ...den Minusschaden, oder? Ausrichtung! Minus 1! Ja, weg! Immerhin! Jetzt machen sie wieder nur 100% Schaden, bis das nächste kommt! In zwei Zügen! Immerhin! So, jetzt! Der Schamane da oben ist, glaub ich, gut! Wir müssen ja eh nach oben! Ach so, ja! Oder wie geht die Höhle nach unten? Aber wir haben kein Leben aktuell! Nein! Dann gehen wir noch... Mach nochmal heilen! Machen wir nochmal Zunderbündelrunde und dann gehen wir in die Höhle! Runden! Ja! Also nochmal ausspuren! Ja! 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 Ja, ich bin 3 sein Ab in die Höhle! Also jetzt nach gerade eben wo wir den Frost-Typen besiegt, sieht das hier nicht mehr unmöglich 8 die haben beide die elfe weg da kann sie auch nicht mit diesen schützding machen denn so ist okay so dass gerade eben richtig hart verkackt jetzt muss das immer wieder gut machen was macht er überhaupt der tankte ich bin schön das immer holger beklopft leute ich habe ja so nicht du nicht hier kommen als wenn er nicht ja gut er war ja noch geschützt ja trotzdem jetzt ja trotzdem jetzt macht er kriegt ne hervor fängt er mit kritisch an natürlich kopf ab was mit dem geld abgezischt ich habe 94 gold die schatzkarte müssen auch mal gucken machen wir aber wenn wir raus in unserer hülle okay plündern was siegen dass die gleiche und für fokus gut und schlecht für fokus wir brauchen den gerade noch was cooles was cool ist schade leider nicht machen wir weiter die magnet falle wer kennst du nicht glück mhm wer hat denn hier am meisten glück wer von uns hat denn am meisten glück mhm ich möchte das nicht machen also ja dann ja ja mach halt ne also ja ok und zwar soll ich jeder hat das niedrig das ist halt voll schwierig was soll ich denn äh äh entwaffnen oder entwaffnen ja du kriegst auch am ende dann die feuerseite falls du zu viel schaden abkriegst ja nochmal holger du kriegst die feuerseite du bist eh am ende wieder voll hier du kriegst die feuerseite du kriegst die feuerseite du kriegst die feuerseite du kriegst die feuerseite du kann ich bitte einfach fortfahren und dafür meinen fokus benutzen das ist ja nicht mehr normal sag ihm witzig fand witzig als wenn du das jetzt machst naja dann wäre ich auch geflippt ne aber er kommt trotzdem durch ok ja gut ja als wenn die so durchgeht weißt du wie geht das denn ihr habt doch gar nicht so viel glück gehabt ihr habt weniger glück aber geht so durch was ist denn los hier ist die feuerseite ja du bist dran du kannst dich ja jetzt nutzen mach ja nichts ja wie war das mit dem golem vorhin golem? was denn? was für'n golem? was für'n golem? aber der krankte mosquito der ist ein snack fünfe leben ey ja ne er ist golem ach du scheiße ok ach komm wer kommt? wer zuerst? der kam nicht ganz an was? was? mach einfach jetzt mach doch mal wieder schwarzes loch auf den golem da ja genau alles versuchen erstmal dann weg da ja so jetzt easy golem so der macht natürlich erstmal 33 schaden hey ach guck sie an beste angriff allerzeit beste angriff allerzeit auf jeden Fall oh god komm do it ganz ehrlich ich bin froh dass ich ein bisschen rüstung anhabe sonst wäre ich jetzt schon gesichtet naja du einen hat er noch der geht voll auf dich ja der hat mich ja nicht gerade erst geheilt oder so nimm das du ansch du jetzt mach mal fertig ja kein ding boah ok ja ich glaube die höhle müsste jetzt fertig sein maximal ein fokus ach so du hast ein gegenstand ja besser naja du kriegst das zelt wieder hey cool ja nice heilung ja jetzt noch eine coole truhe am ende oder so ja truhe wäre irgendwie ganz geil ganz geil jetzt ja nice weh da ist nur so scheiße drin die scheiße drin die ist gold ja hier da ist erstmal der mit geld wieder hey für den wissensladen danke ähm macht 6 schaden mehr krit ist gleich 50 prozent mehr schaden gegen geister und er ist schneller dafür kann er nur zustechen na gut er hat bisher nix gemacht also stechen glaub ich besser als nix so äh alter Heizkette ne da hab ich ne bessere meine ich sonst kannst verkaufen also kannst du auf jeden fall aufsammeln hab ich gar nicht ich hab nur die andere Heizkette der Tapferkeit aber Intelligenz bringt dir ja nix du bist ja Musiker sammeln und verkaufen genau noch was cooles der Henker ist erwacht ja nice Räuber und Banditen gibt es in diesem Land zuhauf zum Glück habe ich ein langes Seil und globale Faktspieler werden von Geistern heimgesucht nice da oben rechts ist jetzt ein Henker erstmal zum Galgen ja gut muss er sofort ja dann zum Galgen ab zum Galgen let's go yay ja ich weiß dass das schon gemacht wurde ich muss da nur lang dass wir den Henker erhänken 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 kennst du nicht Henki 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 der Henker warum kann ich nur so wenig laufen das ist doch normal eine pfeife schmieden verbessere deine pfeife dass der mit was jetzt sind gut gut ist nur ein schamane weise kann ja nix zeigte jetzt scheiße bei mindestens überall ok also kann wirklich nur zu stechen ja ja tut aber reicht er kann nur zu nein soja kann sich betreten war angriff schaden um 100 prozent aber du bist verwirrt das ist ja egal erstmal erstmals auch die geister sind da sind die geister ne ja ich mag das dlc ja stich mal zu digga dann stechen stich zu 50 prozent mehr schaden gegen geister ist sehr gut genau 19 schaden wenn er ja perfekt die können nix lutscher geister eigentlich dürfen wir die geigen typen nicht machen die geister sind sehr gut für ep wer sicher jetzt so unnötig ist jetzt kriegst du erstmal 20 und nicht mehr ja jetzt kommen wieder die dicken golems gleich machen die bumsen sich in den arsch das nervt mich jetzt gerade sehr warum weiß ich gar nicht so erstmal die pfeifen damit wir besten mehr davon haben knochenballfeld das wir besten auch gleich holen da wirken die heilung und so wird alles mehr haben da mehr impact so und zweimal heilung ist noch da so mit 180 münzen kannst du sehr gut schon da verliere ich aber geld ne aber dafür stirbst du nicht so schnell ähm was hast du die pfeife kann ich mir holen ne genau kannst du ja direkt am besten beide pfeifen holen dann kaufen und ausrüsten knochenpfeife kauf und ausrüsten gottches bad zum heilen schade ich wollte die drachenpfeife noch aber 225 was oh gottches bad zum heilen kannst du ja noch machen die beiden ja dann stirbst du nicht mehr so schnell ähm was haben wir noch ich bin noch gar nicht gestorben na du noch nicht hm violettes kraut stellt die gesundheit eines charakters vollständig wieder her reduziert aber die max lp um 5 h wir wollen ja richtung werden was noch eine schlange zum mit kloppen auf dem weg ich habe aber keine schlangen darum ist das auch nicht in der nachtmarkt aber wir haben hier kein gehen wie du hast mich gezwungen alles auszugeben ja damit du nicht so schnell abtratzt so einmal knochenpfeife sonst noch das einmal fokus reicht nimmt alle mit bekommt er nicht mal hin okay für das kommen doch so machen auf die schlange ich weiß nicht was auch reißen aha hast du ihn doch mutig zuzustehen ja natürlich nein nicht mich wie nicht mich aber mich oder wie du bist krasser geschützt geister ja geister ich meine auch da bist du weg jung der beste fester der fester hand ist ja der der fakt her dazu also erstmal er hängt er hängt die seelen jetzt war auch ein harter name jetzt habe ich dir auch noch versaut wie kann ich dir auch versaut wie kann das denn sein aber nein jetzt jetzt oh gott fluch vitalität stark verminder bei den dallas jeden kann nehm ich die direkt weg töte was du sonst tun würdest Das dreht mich gerade auf Du musst auch irgendwo hinlaufen Willst du zu dem Lager dahin oder was? Lager Obwohl was? Ich wollte nur fragen, ob du noch Ginseng hast Warte mal Damit der eine sein Ah ne, das war gar nicht gegen Fluch Was war denn nochmal gegen Fluch? Ginseng habe ich noch Ne, Hexenfluch war das, sag ich bin duft Doch nicht Ne, ist okay, können wir Jetzt kannst du Ja, aber ich weiß, ich heil mich mal gerade wieder hoch Bevor wir da Jetzt gehen wir da hin Ja Jetzt gehen wir durch Die Moorskelette, die können ja gar nichts Versuchen wir Ach komm Schade Oh mein Gott, die greifen jetzt viermal an Ich glaube der Dully ist down Genau, der ist down, wird aber nicht angegriffen Okay Das war die Hälfte Ich denke, der auch nochmal Mühe Oh, sehr gut Und der greift den an Perfekt Verängstigt, ja scheiße Du bist auch immer so ein Angsthase Ne, ist ja schlimm Achso, es geht nur immer ein Oh Gott Ja gut, scheiße Äh, du bist ein Geist, ne? Pik Sag mal Also der kann hier keine E-Gitarre spielen, ne? Hier wird Klampfe gespielt, mein Freund Ernsthaft? Was? Der hat Angst, Holger, der hat Angst Scheiße, er geht Nein, nein, nein Widerstand, du Nicht hier Komm, hier nicht Musik Er zählt nicht als Geister, ne? Ich meine, er ist tot, aber er zählt nicht als Geister Das finde ich frech Hm So Gelett, komm her Ja, klar Natürlich macht er 12 Schaden, ey Alter, jetzt kommt der mit Musik Tschüss Also wenn du gleich nochmal so durchbohren möchtest, ne? Ja, aber dann machst du ihn ja Dann machst du ihn ja Ich mach nur 10 Schaden gerade Ey, hallo Du hast ja eh Ginseng Jetzt aber mal Gutes Ginseng als Gegengift Geister? Geister kommen noch Oh nein Ja, komm Äh Ah geil, ich bin wieder da Ach, da ist er dann nicht mehr Ja Ich klau mir gleich erst mal meinen Ginseng da rein Und dann Hey Leute, Leute, Leute Wir haben dich lieb Locker bleiben Hier Na, schwarzes Loch Ah, ne, doch nicht Pfeifen So, erstmal Ginseng hier Und dann machen wir nochmal Kann ich immer noch einmal proven? Immer nur ein Kraut, ja Neeee Na, da ist eh Der kann ich ja gar nicht quellen Mach ja nur 6 ich will mich alles immer wundern, ich bin ehrlich ich will mich alles immer wundern, er ist richtig dabei ähm, nachmark, wollen wir da hin? bei mir kein Geld, aber kannst gerne so vorbeischauen weil du befehlst ich will zu dem Geigen dahin aber erstmal bisschen heilen so, und er kann seinen Hexenflug nutzen, um die Flüche loszuwerden was ist denn da? ist da irgendwas spannendes? äh, mysteriöses Gebräu, mehr Schaden machen Klee des Feiglings seitiges seitiger Plumpenzieher, Rüstung auf 1 also mehr Rüstung vier Wahrnehmung, ein Max-Fokus neue Fähigkeit, finde Schatz klick, cool ein Körperschaden mehr uh, das brauche ich eigentlich ein Kobold Messer auf, äh, das letzte Perk also, da wo du 1,70 hast also eigentlich, ne ähm, ein Dong-Kammer später Kammer 7 Schaden mhm äh, du hast auf, ne, für dich ist er nix ne Hade ist befürchtet für ihn ist er, also für unsere Dully ist er wieder äh, ist eine Waffe drin auf 75, die können wir uns nicht mehr holen scheiße na egal naja gut na, haben wir vorbeigeschaut ja, das stimmt bevor die Hater wieder ankommen und sagen, naja das wäre jetzt krass gewesen ja, wär's ja auch na man, ich komme da nicht raus ich muss ey kacki also, ausgerechnet dem, der am wenigsten Glück hat, dem passiert das so, Typ ich wunderte gar nix mehr naja und gleich gegen Level 4 hängen kann man da da will ich Action sinken wollen wir hin? Direkt? wenn alle 3 reinkommen, ja wo ist denn der andere? bei dir ja, dann Moment, ne, scheiße, wenn ich da hinlaube, nicht glaubst du dir dann, kann ich noch ähm dann hast du wieder hochere 50 wenn du so behindert nass ich meine, das ist glaube ich an sich so alles ganz gut wenn wir den haben sind wir Level 4 dann gehen wir mit Level 4 in diesen Level 3 Tempel rein das könnte ich auch an sich ganz geil könnte, ne könnte, könnte, könnte könnte ganz gut reicht nicht tja, die Fragezeiten, wo wir herkommen natürlich ja dann nehmen wir los bretter ja, mach du, ne also ah, abtrünnige Banditen die sich an den Schwachen vergreifen eure Strafe ist der Tod durchs höchst unangenehme Methoden aha aber wieder zwei Geister das ist eigentlich gut für unseren Stecher hier lass dich dich wieder verängstigen hier, ne also na du, ich hab Angst oh, achso erstmal die Geister oder wie hast du's ja, die Geister können eh gewonnen werden würde, glaube ich, so der ja, dann mach ich dann na gimme genau 44 Schaden kann ich machen auf den war perfekt siehst du, mit Ermutigung hier ok, er guckt den Tank an oh, Tod ist nicht gut oh, Gott, das war Glück oh, du stinkst oh, Gott, mein Perk oh, Gott ich bin jetzt schwach 57 oh, Gott Hexenflug jetzt, bitte einen noch versaut ja, meiner ist RIP gut, dass das noch geklappt hat wir haben den Boss versiegelt hey, die Strafe folgt auf den Fuß Buch des Wissens yeah, cool mehr Crit, mehr Vitalität Schaden gegen Untote Todesmalimmunität willst du den haben? ach ja, wieso nicht komm ja, nice man, wirklich so wo willst du denn jetzt hin? kann ich kann ich das so? oh, das geht so keine Vorausumlikate kann ich mir sehen was denn? geht eine Portalschriftrolle aber wir haben kein Gegenstück Gegenstück? da stand sofort bist du in das Portal gegangen? ja da stand sofort die Reise zum Gegenstück aber wir hatten ja keinen ja, hab ich platziert das ist aber gut die Slot Ergebnisse krank, 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 krank alle krank oder Erfolg bei Erwaffnen auf 30% 79 ist da ja gut und das ist 50-50 50-50 50-50 2% wir machen auch ich geh auch fortfahren, wa? ja ja, nice ja, dafür hat es mich Fokus gekostet aber ich wollte nicht nochmal wieder naja du hast ja eh noch so ein Ding zum Fokus wieder voll machen ja, darum jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Kämpfe zwei zufällige Räume und dann Boss aber ich setze den Fokus noch nicht jetzt ja also drei Kämpfe haben wir auf jeden Fall jetzt hier drin ja, Lebenserzug dann genau weißt du, schon ist kaum hat einer jetzt eine neue Waffe ist eher der Tank weil er jetzt hier die Geister gewohnt sag tschüss das Geist tot vor und nutzlos jetzt bringt er was wo macht der Henker denn jetzt hier? den einen noch ach komm wenn der auch noch ausweicht ja, nice jawoll kannst du knicken wie viel Schaden macht er es? 15 nice kritisch alter ach komm das kannst doch nicht angehen mit der Maske sieht man nicht mehr so gut ich weiß auch nicht überall plus aber das funkt es nicht aber reicht ja jetzt haben wir noch ein Kampfer oh, Level 4 Level 4 was der als erster der gerade auch noch ja der gerade eben noch Level 2 war ja du, der Affenhelm macht das aber hey, ich bin auch Level 4 ja, ich nicht ja, jetzt ja, naja, mal gucken verringert ich mach schon weniger Angriff mittlerweile verdumm, okay der Krieger ist jetzt nutzlos 24 Start oh Gott, der macht ja richtig auf die, auf die, auf die Elfe da wenn er treffen würde wenn er treffen würde erst die Elfe? wenn du die wegkriegst der theoretisch 10 auf Zauber ja, nice genau naja 10 Schaden mach ich noch wenn ich voll treffe geil nice crit sogar 13 man, man, man 13 crit Schaden Gott der Krieger ist mittlerweile der wurde komplett rausgenommen was im Game mit dem komischen Stock der macht einfach 16 Schaden der leuchtet im Dunkeln ja, Entschuldigung ich mach verringert nicht mehr verringert geil Strafe muss sein vor allem mit 57 Werten aktuell mit 57 Volltreffer Volltreffer oh, Räuber nice ja, was ist das denn? nur für den KFC Gruppenrüstung, hey für den Bosskampf haben wir einfach komplett rein so, jetzt haben wir zwei zufällige Räume also theoretisch könnte ich jetzt zum Brunnen kommen zum Heilen, Händler alles möglich was kommt, ne Leiche Gegner achso der ist jetzt aber komisch dafür, dass er tot ist ja, die nicht anders animationstechnisch Geil Huhuhuhuhuhu Geil HuI Okay ein Artefakt das ist aber das war jetzt wichtig vier an mehr schaden mit mehr krit mehr leben wird wichtig gewesen soll ich die kugel benutzen für gruppenrischung kannst du nur im kampf das zählt nur für einen kampf das kannst du jetzt machen wir einfach im bosskampf dann ist das ein easy snack ok jetzt wenn wir eine tür kaputt machen und dann boss und dann truhe also einkampf wer möchte von euch ja du hast am höchsten kraftwert aber meine seite für aufschlager das ist eine fähigkeit tatsächlich oder was das ist eine der beiden fähigkeiten jeder der zwei fähigkeiten und der ganz der linke hat eine fähigkeit das tür aufschlagen auf jeden fall geht ohne schaden das ist aber noch kein bosskampf doch das der bus ein dringender was habt ihr zu suchen ja können wir so dass er sie ja ich sag nix denn noch ein affenhelm können wir die affengang werden das wäre witzig sag mir bescheid wenn wir noch rüstung haben wem gehen wir denn zuerst auf die leiter überall 16 ok ich weiß nicht soll ich die hier für benutzen oder kriegen wir das so hin jetzt schaden dankeschön jetzt greifen sie schneller an oh nein davon sag ich nur pick was in solchen dingern macht nie schwarzes loch aber bei den wohnen jetzt dann gehe ich jetzt mal auf den affen ey der hat mich so doof angeguckt minus 8 leben minus ausweichen ja moin ich bin ich habe mehr rüstung aber ich bin fast aber aber wissens sein wurde aktualisiert dadurch immerhin guck mir hat was geflockt ja ja was nehmen wir durch da denn mit hier ja wo ist das besser ausweichen ausweichen ist schlechter widerstand ist besser und rüstung keine schadenreflexion dafür ja nehm doch naja das hab ich eigentlich nicht ja oder dann verkaufen wir fertig tschüss uha heute ist gar nicht für dich ne ne will ich auch nicht haben minus stärke ja plus intelligenz aber das hilft mir auch nicht noch mal du kannst du mitnehmen dann passt doch zu ja du musst ja mal einen guten schaden Hier, du hast es gut genommen, hier ist ein Bonbon. Hier ist ein Bonbon. Achso. Ja, aber hier. Na komm, wehe, da ist kein Geist, ein Hexenfluch drin. Moment, das ist so ganz eine Flüche da zu brechen. Mich beleidigt. Warum kriege ich eigentlich immer so viele Bücher? Ja, die kriegen wir alle. Wahrnehmung und Geschwindigkeit. Ja, toll. Egal. Ausweichen ist schlechter. Willst du ausweichen bei mir? Neun. Das ist eh schon kacke. Ah, Mann. Nee. Ah, nice. Hey, cool. Ein Bonbon mit einem Bart. Immerhin. Es wenigstens etwas wird. Naja. Hey. Es ist zu spät. Die Rituale haben begonnen. Euer Land ist im Untergang geweiht. Wenn die Planeten ausgerichtet sind und der Schamane wird. Halt die Klappe, du Dummkopf. Jetzt wissen Sie über die Rituale Bescheid. Moment hier. Wir haben minus 1. Ausrichtung wieder. Geil. Was? Muss man. Ja, nice. Wir sind wieder bei 100%. Lass mal. Dann haben wir wieder gerettet den Tag. Ja, nice. Und wir sind total wieder zurück. Alles durchdacht. Von vorne bis hinten. Als wenn es so gewesen wäre. Ja. Das wären wir aber was mit Smarty-Max-Smart-Fans, weißt du? Also kann ich so dieses Portal-Stiefeln. Genau. Portal. Hey. Ach, wir müssen ja hier wieder hin. In den Laden hier. Rituale, hm? Da waren einige Verrückte im Pyjama, die herumtanzten und die ganze Nacht im alten Tempel laute Pyjama-Partys anstalten. Was? Ja. Was ist das? Ey, was sagt mir, dass das keine Pyjama-Partys waren? Ihr müsst sie sofort auffallen. Gut. Ja. Kannst du schon mal anfangen, Mama? Mach schon mal Pyjama-Partys? Ja, ne? Hey, ich fahr raus, da. Hä? Ähm, was haben wir denn, Marc? Gucken wir mal auf, Marc. Ach so, du bist noch dran. Ich dachte, ich wäre dran. Ja, du ganz Piano hier, ja? Also bitte. Ja, wenn auch schön. Ich hab eh nicht so viel Kuh. Ich hoffe, dass es bestimmt einen schönen Wochenstart und einen schönen Abend. Dienste, haben wir da auch noch irgendwo Heiler. Du, da kannst du auch knicken. Geh er wieder shoppen, ey. Was hat er denn? Nee, komm, tschüss. Ich dachte, ich bin wild. Ich dachte, ich bin so gut. Ja. Muss man gerade auf die Uhr gucken. Ja. Wir machen so lange, wie du kommst. Wir machen bis neun. Das krieg ich wohl noch hin. Wenn dir das passt. Ja, dann machen wir einfach hier noch, äh, alle einmal in die Stadt, einmal aufforschen fürs nächste Mal und dann. Ja. Dann ist ja easy. So. Ähm, stacheln, kaufen. Was bringen die? Stacheln? Ähm, neue Waffen. Boah, ich hab das so lange nicht gespielt, ey. Ja, aber es ist auch viel neuer dazu gekommen, ne? Deswegen. Neues DLC, neue Waffen, neue Gegenstände, weil ja mittlerweile auch immer freigeschaltet wurde. Stichst du jetzt genau vor der Stadt? Ja, ich komm gar nicht in die Stadt erst rein, ey. Mann, ich bin verflucht, ich bin, ich hab kein Leben, ich, ich hab kein Fokus und ich komm nicht in die Stadt und stehend drin. Komm, ich, ich geh auch noch mal in die Stadt rein. Gehen wir noch mal auf den Markt, haben wir noch irgendwas Schönes. Äh, das hatte ich, das hatte ich auch mal, wahrscheinlich, das hatte ich auch. Das kenn ich. Das hatte ich bei meiner, äh, ersten Ausbildungsstelle. Ich war ja bei zwei, ich bin einmal, wer das gewechselt. So. Und ich hab, ähm, die einmal innerhalb von einem Tag geschrieben und dann abgegeben, damit er die, äh, unterschreibt und dann war ich eine Woche danach weg. Sven musste die mal für ein ganzes Jahr machen, also. Jetzt kommst du aber nicht. Ja, mit dem komischen Dulli, ey. Ach, da bist du ja schon mit in der Stadt. Ja, mit dem, der, 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 der ist ja schon da. Mann. Ja, ich mein, ja, okay, da kann ich auch nicht ein. Ich baue ein Zelt hier vorne. Ich baue ein Zelt. Weißt du, das ist die nächste Quest? Ja, komm. Die Arena, da baue ich ein Zelt vorher auf. Dann können wir uns da heilen. Und fertig. Ja, okay. Dann gehen wir zu dem Zelt. Und dann machen wir da. Mann. Dann kannst du jetzt mal in die Stadt gehen. Mann. Er bringt mir in die Stadt eigentlich was. Egal, ich gucke einfach. Geh doch einfach. Ich kaufe Gottes Bad für uns. Ja, siehst du. Was bringt uns Snacks? Na gut. Dann, naja, ausrüsten. Neue Waffen. Bisschen mehr Schaden. Oh, ich habe keinen Hexenflug gekauft. Warte. Oh, du kannst mir einen Hexenflug kaufen. Kann ich machen. Reicht das? Warte, ich gebe dir Geld. Hoffentlich reicht das. 39. Ja, aber es ist frech scheinbar. Es ist frech. Also, wir müssen dann noch ein bisschen balancen, weil Kassa gewinne ich jeden Kampf. Marc, wa? Ja. Berichte, das ist wirklich kein guter Wochenstatt. Das stimmt halt schon. Wie viel willst du davon? Einer reicht vollkommen. Muss nur einmal heilen. Spieler verteilbar. Kann ich das weitergeben? Dann kann ich ja wieder rausgehen. Dann gehe ich richtig ins Zelt. Hm. Dann ruhen wir aus, wa? Hm, jo. So, meditieren. Ist der auch durch. Neuer Tag hat begonnen. Hey, Tag 3. Magst du mir den geben? Den Philophants? Ja, Inventar. Wie gebe ich dir den Rots denn? Inventar, anklicken und dann steht da weitergeben an. Rechtsklick, linksklick? Linksklick. Sicher? Ja. Geben. Hier. Hast du? Ja. Ja, nice. Alle full. Also, der rechts hat ja auch Steinhaut. Hier, das ist krass. Was wäre denn die... Was wäre die nächste, wa? Ja. Machen wir noch die Arena und dann reicht das, glaube ich. Machen wir Feierabend. Hm? Machen wir noch die Arena und dann machen wir Feierabend, glaube ich. Ja, gut. Dann haben wir rechts die Reihe voll im Dschungel. Dann war es auch erfolgreich. Eindringlinge dürfte ich zulassen, dass sie das Ritual beenden. Schnappt sie. Ich finde das immer so gut, wenn du vorliest. Wow. Das ist... Ist einer von euch ein Geist? Ich finde... Bist du ein Geist? Du? Du? Nein? Geh doch mal anstupsen. Nicht ablenken! Ich hasse euch. Ne, Mikasa 2 OP. Das stimmt halt nicht, Scheining. Irgendwann stimmt das nicht. Die wurden eingekauft. Das ist nicht neutral. So, was kann ich denn jetzt? Ich kann stechen, ich kann Stich und ich habe Angriffsrausch. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Also ich mache so oder so 25 Schaden. Dann gehen wir erstmal auf dich. Und dann machen wir Stechen. Boah. Alter, was? Das hat mich gewundert. Jetzt muss ich zugehen. Ich habe mal was geschafft. Dass der so viel Schaden macht. Aua. Da muss jemand... Stech! Ha! Alter. Das ist doch nie normal. So, jetzt hast du sie noch. Nee, habe ich nicht. Aber... Wenn ich schon lesen, weißt du, Mikasa verliert. Weißt du, die Wortzusammensetzung gibt es ja eigentlich gar nicht. Schon schwierig, Schein. Ja, locker. Achso, weil du blutet. Ja, klar. Ja, come on! Ach, komm. In die eine Richtung und dann die andere. Ein... Okay, zwei Kämpfe haben wir noch. Kriegen wir ihn. Jawohl, Holger! Hey, nee, mal, was passt denn das für dich? Zwei Rüstung... Ist der besser als das, was ich... Hm... Staffeln. Oh, shit. Ja, Schaden gegen Untouchen brauche ich eh nicht. Vitalität, okay. Ach, Staffeln. Holy shit. Also, 8,5, 10,000. Ja, 10% Crit-Chance. Ist das genau um 12 Folgen pro Staffel? Let's go. War gut für Verkaufen. Und Verkaufen. Mach doch bereit, das sind noch mehr von ihnen. Ach, das ist jetzt schon der... Das ist schon der zweite? Okay. Weiß ich nicht. Müsste eigentlich. Jetzt doch... Ist bei dir auch so ruhig auf einmal? Ja, ja. Konfetti. Was ist denn? Also... Wo ist das Publikum? Will gefeift werden? Hey! Endlich mal du! Aber der Vogelhelm passt voll. Wegen dem Grün. Jetzt fängt er mit dem Vogelhelm wieder an, weißt du? So, hier. Ach, komm, mach doch Crit! Okay, da ziehe ich gleich meinen Affenhelm an. Na, Paster. Ja, wenn wir schon so rumlaufen, ne? Wenn, wenn, dann schon als Gang. Ja, das stimmt. Okay, du hast mich beklaut. Dafür gibts auch Schnauz. Boah. Mein Geld. Denne mein Geld, ey. Hey, hey, komm, ja? Also, hey, Fledermaus, bitte. Ich hab die ganze... Holger, wart beklaut. Ja, du leid. Der Gott ist baut, die Heilung. Willst du, willst du nicht fahr? Das ist okay. Du, Feinde. Das ist okay. Ach, komm! Das ist absolut okay. Ich mach jetzt die Fledermaus, da kann der einen kommen. Mach weg da, ey. Da, Fledermaus. So, komm. So, ich mach ja... Ich heil mich jetzt, oder... Warte mal, mach ich die Waffe wechseln. Das nimmt auch ein Zug. Genau, heilen bringt ja auch so viel. Ja, also irgendwas muss ich ja machen, damit er wegkommt, ne? Ach so, meinst du, ja, ja. Ja, das war tatsächlich schon der Zweite. Jetzt kommt gleich noch der Bosskampf. Oh, ich hab ein Gottesbad gefunden. Nice. Hey! Wo kommt das denn her? Hey! Meine neuen Münzen! Ja, gut, die teile ich hier auch. Den neuen Münzen kann ich auch direkt teilen, ey. Ach so, das ist eine Portalschrift-Frolle wieder. Ja, nice. Dreht ihr einen Schlafanzug? Nicht schon wieder so... Was? Der eine, der Mitte sieht ja auch, dass er einen Schlafanzug an. Nein, das ist fast fertig. Hallo. Weiter machen! Das ist ein Zauberumhang, bitte, ja. Aber das ist einfach so ein Schlafanzug. Vogelmensch gegen Vogelmensch. Krass. Hey! Hallo! Geht's noch? Nur mal ganz locker bleiben hier, ja? Kann auch anders. Ja, ja. Pik! Was immer so? Kommt auch nie schwarz. Das ist auch, weißt du? Das ist immer so... Das stimmt halt nicht. Oh, oh. Er wurde mutig! Hey, was? Oh Gott. Ach, so nicht. Nice, Hörger! Oh, das ist gut, scheinlich. Sehe ich's ja nur einmal. Ach, als wenn der drei... Ach, komm! Easy! Ach, aber... Nee. Ich meine, gegen krasse Kräfte... In der Mitte wegmachen. Kein normaler Mensch... Kein normaler Mensch hätte nichts tun. Er will's halt machen, ne? So! Pik! Oh, wie geil der da sitzt! Okay, versuch Nummer zwei. Mach! Ja, die haben aber auch Rüstung, die Scheißdinger. Nochmal Steinhaut, oh Gott, Stufe zwei, Steinhaut. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir haben das etwas unterschätzt. Nee, nee, der kann nix. Dein ist auch Level 5, also. Immerhin. Hm. Oh mein Gott. Gott, es badiet! Puh. Okay, 83% auf... Ich hasse mich. Ach, komm, als wenn der immer uns alle drei erwischt. Ja, du. Üblich, ne? Kann man noch mal... Nee, bringt dir nix. Alles gut. Was denn? Nee, den Linken hättest du nicht wegkriegen können. Ach so. So. Passt. Blöder Zauberer. Apropos blöder Zauberer. Time to bluten! Doch nicht. Aua. Immer. Aua. Du hast geblutet. Ja, stimmt. Wollt ihn anstecken. Ach komm, ja, ach komm. Ja, der hat sein Schild verwendet, ey. So wie bei Yu-Gi-Oh. Oh nee, komm. Doch komm, einmal peaten. Das kriegst du ja wohl hin. Ja, danke schön. Ja, geht doch. Weißt du, ich bin einfach so arrogant. Ich will einfach nur einen finalen Schlag haben. Ich geb's einfach zu. Jeder zählt Münzen. Noch ne schlechte Kristalltruhe. Noch was für den Dulli. Aber irgendwann kriegst du auch mal was. Irgendwann kriegst du auch mal was. Ich krieg schöne Helme und so. Und totaler Schriftdruck. Alter, was soll ich denn so ein Schriftdruck hält? Wir haben nur fünf jetzt. Was willst du denn? Nur. Ja. Ihr habt vielleicht dieses Ritual gestoppt. Hey! Aber das große Ritual des... Huch, Schamanen, werdet ihr niemals auffallen. Die Pläne wenden sich... Werden sich unserem Willen beugen. Ausrichtung, Leben? Ausrichtung haben wir null. Ja. Ja, Geisel haben wir auch aktuell nicht. Dann Leben. Ja, Leben. Oder? Ja. Ah, das zweite Relikt. Ja, nice. Wissen Sie dann, wo du aktualisiert? Nice. Haben Sie gerade ein großes Ritual gesagt? Wenn dieses Buch stimmt, wird es Verruhung verwüßen, wenn es beendet ist. Um diese Auswirkungen, diese Rituale zu stoppen, brauchen wir die Kraft weiterer Relikte. Legenden besagen, dass der Herrscher der verdorrten Öde eines besitzen könnte. Und ein anderes Relikt wurde in einigen alten Höhlen auf den Vulkaninseln gesehen. Oh Gott. Vulkaninseln. Gar kein Bock. Nochmal lesen, ey. Alter. Es bleibt keine Zeit, um beide zu besorgen. Wir müssen eins ausfüllen und dorthin eilen. Welcher Weg soll es sein? Oh, wild. Würde man dann aussuchen. Das ist auch neu. Kannst du wählen? Ja. Wo wollen wir denn hin? Ascheregen oder Öde? Wo hast du Bock nächstes Mal? Ich hätte Bock auf Insel, also Ascheregen, oder? Ob Vulkaninseln. Ja, öde klingt doch nicht so nice, ne? Ja, darum. Ja, komm. Ich mag kein Sand. Er ist grob und rau und lässt sich im Gelände weg. Ich will die Vulkaninseln. Wow. Ich weiß, dass das denn weg... Oh, wobei gehen wir? Geh nach Chalakar. 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 Kann ich jetzt schon? Ja. Was denn? Geil. Zwei Affen und Varro und Vogel. Spielbude. Nice. Also nächstes Mal, wie wild. Nächstes Mal gehen wir erst mal zocken. Nächstes Mal verballern wir erst mal die ganzen Münzen hier. Nice. Ach ja. Das war doch sehr schön. Das war echt nice. Zwei Stunden 13. Ja? So. Alter. So, speichern und beenden. War das mal nice. Nein, du bist rausgegangen. Ich bin ja... So, wo sind das? So, jetzt haben wir erst mal ein Krankheitsheiler haben wir bekommen. Ähm, ja gut. Schreiben wir noch? Ne, dann läuft noch. Mach ich gleich. Will dir noch kurz sein. Und die lokale Arena. Die beiden Sachen haben wir jetzt dazu bekommen. Krankenheiler, weil wir jetzt natürlich bei Krankheiten jetzt neu dazugekommen sind. Relikt der Immunität. Ja, ich schmutze, aber hey. Eigentlich schmutze. Das sind die drei Sachen, die wir heute freigeschaltet haben. Wenn ihr euch davon haltet, gerne ruhig mal einen Kommentar oder ein Abo dalassen. Sehr super. Dankeschön. Werbung Ende. Also, falls ihr euch ja so zählt, ich baller den Link einmal auch noch rein. Yay, danke. Okay. Ne, sind auch am Stream und Videos, alles auf YouTube. Könnt ihr abchecken. Und zwischendurch ist heuer natürlich auch hier zu Start. Ja, aber weil wir unfassbar viel Geld haben und die deswegen mal einkaufen können. Als Live-Spieler quasi. Ja, natürlich. Ich bin Live-Spieler. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Nächstes Mal geht's dann weiter. Mal gucken, ob wir Fall of the King weitermachen. Way out. Da ist viel möglich. Werdet ihr dann sehen. Also, schön im Auge behalten. Schöne Restwoche. Kommt einiges. Und schöne Restwoche. Morgen gibt's dann Variant auf diesem Kanal. Auf jeden Fall. Tschaui.